Du kriegst jetzt einen Döner von mir ausgegeben. Ich hab nur 1 Minute 50 zum Aufnehmen. Mach doch mal auf! Mach doch mal auf! Das ist Wodka, ich muss es euch mal zeigen. Mindest Wodka mit 7.5% jetzt Ex. Dafür gehst du zu den Lammatschuhen. Das musst du jetzt durchziehen, Alter. Eher ein Video, Alter. Hinter... Man sieht sogar noch das Preisschild auf Störüben. Gerade aus dem Spätschub. Weiter so, du schaffst das Bruder! Jetzt soll's auf dich! Deine! Der kippt nicht um, der Mann hält das aus! Goldkorn, das ist schon im Vergleich dazu. Ursprünglich wollte er einen Mordhäuser Doppelkorn-Echsen, aber die hatten im Spätschub keinen. Deswegen ist es dieser Mindest Wodka. Hälfte des Videos geschafft, Hälfte des Wodkasses durch. Du hast schon 3 Viertel weg. Zieh's durch, ist nicht mehr viel. Das ist wirklich nicht mehr viel, du musst nur dich beeilen. Alter, geil! Junge, das sind nur noch ein paar Schlucke. Jetzt ist kaum mehr was drin. Alter, ist das geil. Ist das eigentlich egal? Junge, Junge! Applaus! Junge, jawoll! Ehm, Elyas! Was ist los? Das ist noch für das Video, das schneide ich noch hinten dran. Wie ein Schwein! Du hast ja den Wodka vor ungefähr anderthalb Stunden getrunken. Jaaa! Wie geht's denn dir jetzt? Mir geht's prima! Bist du dir ganz sicher? Jaa! Warum steht dir ein Eimer Fabel? Was ist los? Junge, ich fahr halt für eben, Alter, so viel Bock mehr an! Mit dem Auto? Ja, natürlich! Jaaa! Geist! Oh Mann! Was ist denn hier los? Jaaa! Ich setze vielleicht! Die Junge, was machst du? Kausch, ein Auto! Jaaa! 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 Sag mal was! Jaaa! Was machst du denn du? Jaaa! 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 Jaaa!